Hey ho meine lieben Freunde und willkommen zu einer weiteren Folge von den Minecraft Challenges. Heute springen wir eine Skywars-Runde mit dem Challenge, dass ich nicht springen darf. Das heißt Leute, wir werden gleich uns in der Runde sehen. Bis gleich. So Leute, jetzt sind wir in der Runde auf der Map Parida. Oh Leute, das zählt nicht. Ich darf nicht springen. Das zählt nicht. Ich habe gerade automatisch gesprungen. Alter, hat so ein Druck. Alter, will springen. Ich darf nicht. Ich darf seinen Weg nicht nehmen. Ich darf nicht. Alter, ich war das. Wie man es mit einem? Alter, ich bin tot. Leute, ich darf nicht springen, aber ich muss jetzt irgendwie springen, damit ich raufkomme. Das ist die einzige Ausnahme. Sonst darf ich nicht springen. Ja, finde ich springen. Das ist so ungewohnt. Jetzt zeig ich ihm noch das dann mit. Das dann mit. Mach daher das doch hin. So. Es ist richtig ungewohnt. Ohne den Finger zu spielen. Das ist so ungewohnt. Komm, ja. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Ich dachte, ich bin tot. Ich dachte, ich bin tot. Okay, der Typ ist tot. Okay, Leute. Ich bin ein bisschen gerade erstaunt gewesen, dass ich das gerade überlebt habe. Was anderes zu sagen? Ich darf nicht springen. Und das Problem ist, ich muss springen, damit ich irgendwen verfolgen kann, wenn der jetzt weggeht. Jetzt sagen wir irgendwer. Tschüssi. Leute, wenn ihr noch mal Challenges sehen wollt, dann lasst gerne ein Abo da und ein Like. Würde mich auf jeden Fall freuen. Schaffen wir heute wieder die 10 Likes wie beim letzten Mal. Das war auf jeden Fall richtig nice, Leute, von euch. Und, Leute. Schreibt bitte in die Kommentare, welche Challenges ihr sehen wollt. Dann mache ich die auch. Wir sehen uns jetzt in der Runde wieder. Bis gleich. So, Leute, jetzt sind wir in der Runde. Wir spielen mit dem Typen, der... Ja, ich komme nicht drauf. Nice. Nice auf jeden Fall. Das heißt, ich muss mich hier den ganzen Stuff gönnen. Weil hier hoch bin ich nicht. So, wie kann ich hier einfach hochgehen? Cool. Cool, was will der? Ich darf nicht springen. Das darf doch nicht. Oh, mein Gott. Beigetötet ohne zu springen. Die Stufen sind hellig, Alter. Die Stufen sind richtig heilig. Hätte ich doch die Stufen nicht gehabt, die hätte ich jetzt so verloren. Hätte ich hier nicht weggekommen wäre. Okay, wir haben hier das da. Wir haben den Santa Claus. Okay, der hat das gleiche Kit wie ich. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Ich habe es mir auch schon gedacht, weil er mich sofort angezündet hat. Wisst ihr noch, die letzte Folge, wo ich nur mit dem Santa Claus Kopf spielen dürfte, das ist oben rechts jetzt in der Infocard verlinkt. Und am Ende des Videos wird es nicht verlinkt sein. Denn da ist immer mein letztes Video, was ich hochgeladen habe, zu sehen. Ein Outmarsch eingestellt. Wir gehen jetzt sofort mal zum nächsten. Ich darf mich halt nicht... Ey, ist doch nice. Der hat zum Glück so gebaut. Das heißt, ich darf hier einfach hochgehen. Ich muss mich jetzt... Ich muss jetzt leider... Das ist wirklich so. Wenn ich den gekillt habe, habe ich... Dann muss ich mir jetzt so wirklich Stufen bauen. Das ist kein Scherz. Ich muss mir Stufen bauen. Den Typen habe ich. Okay, gut. Okay, bis jetzt funktioniert die Challenge. Ich hätte es gedacht, das wird richtig schwierig. Aber... Nee, es sind wir nicht geworden. Ich muss mich auch hoch... Darf ich mich nicht so bauen. Das sind noch Items. Das ist noch Stuff. Wir sehen etwas Besseres. Ja, ist es. Wenn der jetzt runterspringt, ist er tot. Aber wenn er jetzt richtig runterspringt und mich richtig gut bekommt, dann bin ich... Ich komme nicht hoch. Ich komme auf jeden Fall nicht hoch. Wenn der runterkommen will... Wenn der hochkommen will, dann gerne. Äh, wenn der runterkommen will, dann gerne. Aber ich komme nicht. Kannst du vergessen. Also ich mache mir jetzt richtig viele Stufen ein, vielleicht. So geht er mir Stuff. Geht mir ein... Etwas, was ich gebrauchen könnte. Und das war das. Man merkt halt wirklich bei dieser Challenge... Man merkt halt wirklich, dass... Na, komm jetzt. Ich habe bis jetzt keinen Scham bekommen, also... Der kann gerne runterkommen. Ich... Mir ist es egal. Ich komme hin und nicht weg. Wenn der mich jetzt so killt, ich habe 5 Kills. Ich habe 5 Kills, verdammt. Verdammt nochmal. Der wird mich so killen. Mann. Leute, das war es mit dieser Folge. Ich hoffe es gefallen. Mit dem nächsten Video, gerne. Daumen nach dem Daumen. Da vergessen nicht zu abonnieren. Den Glocke zu klicken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis später, Leute. Ciao.